Tank drauf, oder? Ein Fahrzeug drauf. Die sitzt einfach mal auf so'n Offroader. Ich glaub den Offroader hab ich schon gefrackt. Die Offroader sind nur am Arsch. Oh, jetzt knallt's. Ja, der Schießfahrt auch noch mit von mir. Das ist ein XTV, so. Die geht auch nicht kaputt. Die geht auch nicht kaputt. Update, neue Skript, Fahrzeuge explodieren nicht mehr. Warum? Yo, Alter, Leute, ich weiß wie ein Magazin auf das scheiß Ding drüben. Warte, ich geb gleich Gas und fahr rein. Ey, nee, das geht schon. Das geht schon, das knallt gleich, pass auf. Lass einfach mal Bruchbeeren, wenn wir so cool dann drüber hovern. Pass auf. Oh, 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 oh. Er lebt gut. Alter! Das war ja gar nichts. Das war ja mit dem Mod nicht so spektakulär. Ja, Alter. Das wär jetzt ein Paradies für'n ABC. Das ist der Kelch. Ja, voll eine Orkette da hinten noch in der Räderheilung. Boah, der Sportlimo fährt mich noch fast um. Sieht aber schön aus, wie alles im Kreis steht und brennt. So gleichmäßig. Von oben muss das gut aussehen. Dann steckt man schon den Mohawk ein, dann fliege ich kurz hoch. Oder hier checks und mach was dann hin. Von oben angucken, Bounty. Jaja. Jaja. Wow. So Lünensternen machen. Ja, genau. Ja man, von oben sieht das richtig geil aus, Kuma. Wenn du so von oben direkt drauf guckst. Burning Man Festival. Das sieht richtig... ging geil aus. Wow. Wow. Boah, weil guck mal, wenn der die Flammen so verwedelt. Siehst du das? Ja man. Und wenn das nur so vorne ist, sind wir ja voll rein. Boah, das sieht gerade aus. Hohohoho. Geht bei euch auch ganzes Feuer auf? Naja. Ja. Guck mal hier, das ist ja echt geil, wie du mit deinem Mohawk... Guck mal, wie sieht der Rauch. Und the fuck, ich seh nichts mehr. Ja, vor allem bei mir 8 FPS. Ich bin auch in den Feind überhaupt nicht. Oh, da kommt ein Check. Oha. Muss der hin, muss der hin. Geil. Das ist cool mit dem Rauch, wie sich das auf... Das ist so irgendwie... Ob wir so was... Die sind alle drei getrennt. Oh, das ist Serverlack. Ja, so schlimm aus jetzt nicht. Absolut geil. Ey, was das denn bitte? Dafür haben sich doch mal die 75.000 gelohnt. Ohja. Geh mal hier weg mit deinem Klemmkugel hier hin. Was willst du denn? Dadurch kann ich gar nicht mehr liften, wenn die so sind. Kannst ja auch nicht mehr einsteigen. Du musst dann auf landen, ey. Du musst eine ganze Linie mit Offroader mal vom Kavala nach Sophia ziehen und dann auf einer Seite einen Offroader zerschießen, bis er explodiert. Was wollte jetzt zerstören? Wow! Alter! Nein, 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 nein! Puchbeine auch! Wow! Lass mich hier aussteigen! Mein Engrohner ist am Arsch! Chill dein Leben, ich such das Ding gerade an. Warte, warte, warte! Lattes Ding! Mein Engrohner ist am Arsch! Also ich könnte es jetzt, das ist der Geil. Wens! Ich suche dein Deck! Ich suche dein Deck! Ich suche dein Weg, Alter! Der ist mein übelst Grip, der scheiß Rock! Mein Rock, hast du schon mal! Also der ist am Arsch, der Helik! Ja, klar! So, aber Rilke, das ist ja der Auftakt, das ist ja gut gelandet. Sehr schön, Alter, das ist ja gar nicht so süß. Boah! Das haben wir auch nicht bei Heaven. Er hat mich gerade mit seiner Kugel getötet. Oh man. Gut! Der Essen, ich sehe hier Essen. Ich weiß gar nicht, wie Geld ich eigentlich noch dabei hatte. Essen, 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 wo ist Essen? Was schreibt da? Ich sehe es nicht ganz. Frucht. Wo nach? Frucht bei den Herzen. Achso. Wie geht's denn? Achso. 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 Der Kuh... Oha, Fresse! Wow, jetzt ist es ein bisschen